Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den E&G Markets Morning Call für Dienstag, den 20. Oktober. Gut, wir beginnen für den heutigen Dienstag einmal mit dem Monatschart. Wir sind hier im Monatschart im großen Bild vor einem massiven Widerstandsbereich. Wir hatten ja das Allzeithoch hier im Bereich um 13.800 Punkte ausgebildet, genau bei 13.795 Punkten und befinden uns nun hier in einer Seitwärtsbewegung seit Juli. Wir hatten im Monat Juli bereits eine sehr bärische Monatskerze ausgebildet, hier mit einem kleinen Kerzenkörper und dem langen oberen Schatten hier, was bereits auf mögliche weitere Kursschwäche dann nach dem Hochlauf hindeutete. Wir hatten dann im Monat August einen Anstieg verzogen, der sich dann auch im September fortgesetzt hatte. Wir hatten dann im September im Monatshoch dann 13.460 Punkte erreicht, kamen dann wieder etwas zurück, haben im Vormonat dann auch eine schwarze Monatskerze ausgebildet hier und bewegen uns nun aktuell im Bereich von 12.850 Punkten im Monat Oktober in der Monatskerze hier. Vorwürstlich notieren wir aber am heutigen Dienstag schon wieder etwas tiefer unter der Marke von 12.800 Punkten. Also aktuell ist diese Monatskerze für den Oktober auch schwarz und es deutet sich immer mehr an, dass wir hier wahrscheinlich ein weiteres Verlaufshoch dann bilden werden und in der Folge dann wie bereits zuvor wieder nach unten abdrehen werden. Gut, wir machen dann weiter mit dem Wochenchart mit den hier vorliegenden Markierungslinien für die laufende Woche. Da hatten wir die Hellgrüne bei 12.950, da hatten wir zuvor einen Durchbruch nach oben versucht. Das hat aber nicht geklappt. Wir sind dann letztendlich wieder unter diese Marke zurückgefallen und zwar deutlich zurückgefallen, am Vortag dann bei 12.854 aus dem Handel gegangen mit einer schwarzen Wochenkerze. Die Woche ist noch jung natürlich, aber wie bereits erwähnt, auch am heutigen Dienstag notieren wir vorwürstlich schon wieder deutlich tiefer. Aktuell, ich hatte gerade nochmal auf den außerwürstlichen Kurs geguckt bei 12.750 Punkten und insofern dürfte sich dann die Schwäche hier der Vorwoche weiter fortsetzen, auch in der laufenden Woche und möglicherweise dürften wir dann hier, solange wir 12.59 dann nicht mehr zurückerobern können, den Bereich anlaufen hier mittelfristig bei 12.610 Punkten, 12.600 Punkten, wo wir dann hier auch die Unterstützung haben und wo wir in der Vorwoche auch das Wochentief mit 12.599 Punkten erreicht hatten. Gut, wir machen dann weiter mit den Markierungslinien vom Vortag. Da hatten wir den Short-Bereich zwischen 12.59 und 13.000 Punkten gehabt. Das Tageshoch lag dann bei 13.28 knapp darüber. Wir hatten ja hier das Gap zuvor bei 12.975 Punkten geschlossen, konnten dann aber über 13.000 Punkte ansteigen und sind dann wieder letztendlich in diesen Bereichen etwa nach unten abgedreht. Insofern hätte sich hier eine Short-Position gelohnt. Wir waren ja ohnehin im Short-Modus, der Kreis war weiterhin rot. Wir gingen also trotz dieser Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend von weiter fallenden Kursen aus und wir sind dann letztendlich bei 12.854 aus dem Handel gegangen, knapp hier über dem Long-Bereich zwischen 12.800 und 12.850 Punkten und notieren vorwärtslich nun, wie gesagt, deutlich tiefer bei 12.750 Punkten ungefähr. Gut, und letztendlich kommen wir dann zu dem aktuellen Tagesschart mit den neuen Markierungslinien für heute. Wir haben dann den Short-Bereich aktuell bei 12.850 bis 12.900 Punkten, die Stärke- oder Schwäckelinie für heute bei 12.950 Punkten für den heutigen Tageshandel, also unter 12.950 ist dann ohnehin mit weiteren Abgaben zu rechnen im heutigen Tageshandel und der Long-Bereich würde sich dann zwischen 12.550 und 12.600 Punkten befinden, wieder hier an der Unterstützung. Der Modus ist weiterhin Short, der Kreis bleibt natürlich rot nach den Abgaben vom Vortag. Wir haben hier auf der Oberseite zunächst einmal alles erledigt. Das Gap, was zuvor noch offen war, hier bei 12.975, ist nun geschlossen. Wir haben noch ein oberes Gap offen im Bereich von 13.500 Punkten. Das ist das letzte obere offene Gap, das werden wir aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr erreichen, sondern erst in Zukunft dann bei einer weiteren Erholung. Aber aktuell dürften wir zunächst einmal dann hier weiter abgeben und letztendlich hier den Bereich anlaufen von 12.600, 12.550 Punkten. Das gilt so lange, wie wir hier unter der Marke von 12.950 Punkten bleiben. Gut, und damit wären wir dann erstmal wieder durch mit dem EMG Markets Morning Call für den heutigen Dienstag. Ich melde mich dann noch mit Kommentaren unter dem YouTube-Video im Verlauf am heutigen Tag und dann am morgigen Mittwoch wieder mit dem EMG Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bis morgen.